Das Schloss Stolberg im Harz. Seit über 800 Jahren thront es über dem kleinen Städtchen Stolberg und prägt dessen Geschichte und die Menschen. Man hat dort viel erlebt, die ganze Kindheit verbracht, die Jugendweihe, der erste Kuss, das hat sich alles im Schloss abgespielt. Jahrhundertelang ist das Schloss Heimat der Fürsten zu Stolberg, eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas. Also das Schloss selber bedeutet mir natürlich, das ist das Symbol unserer Macht gewesen, das ist immer in einer Familie geblieben, das ist sehr selten. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg ändert sich alles. Das Schloss wird zu Volkseigentum und in ein FDGB-Heim umfunktioniert. Heute würde keiner mehr so Urlaub machen wollen. Nach der Wende ist das Schloss dem langsamen Verfall ausgeliefert. Und dann kam eines daraus die große Kette vorne dran. Und ringsherum war alles zu. Wir konnten nicht mehr hier hoch und durften auch nicht mehr auf dieses Schloss hier. Großer Trubel auf Schloss Stolberg. Ein über 300 Jahre altes Gemälde aus dem Besitz der Fürstenfamilie kommt zurück. Für Fürst Joost Christian zu Stolberg Stolberg ein ganz besonderer Moment. Das ist sehr großartig. Meine Güte. Der Himmel hat sich völlig geändert. Das ist nicht mehr so eine graue Suppe. Die haben eigentlich grau erschienen. Ja. Dieses Gemälde ist eines der wenigen, das die Fürstenfamilie nach dem Zweiten Weltkrieg bei ihrer Flucht retten konnte. Seitdem hat es eine lange Odyssee hinter sich und kommt nun als Leihgabe zurück aufs Schloss. Heute versuchen wir eben die Dinge, die wir zurückbekommen, eben zu restaurieren, zu pflegen und sie teilweise zu benutzen, um hier im Schloss wieder ein bisschen, sagen wir mal, Authentizität hineinzubringen. Diese Authentizität ist auch Ulrich Franke wichtig. Als Bürgermeister kämpfte er zwölf Jahre darum, dass das Schloss gerettet wird. Man ist mit dem Schloss groß geworden, schon als Kind. Und wenn man dann die Möglichkeit bekommt, nachher als Erwachsener die ganze Entwicklung mit zu verfolgen und zum Schluss auch noch mit zu gestalten, ich glaube, was Schöneres kann es gar nicht geben. Das hier, das sagt mir, so ein Geist, das gibt es nicht mehr, nicht? Das ist genau, da ist dann später meine Fleischabhängige hier reingebaut worden, die haben wir dann wieder abgerissen. Da stand so ein Betonbau drin. Ach, ist das der Parkplatz heute? Das ist der Parkplatz, ja. Das Gemälde hängt nun wieder an seinem alten Stammplatz. Der Glanz früherer Zeiten ist zu spüren. Doch der Fürst ist heute nur noch Besucher im Schloss seiner Vorfahren. Fürst Joost Christian zu Stolberg Stolberg entstammt dem 800 Jahre alten Fürstentum Stolberg, das sich im Laufe seiner Geschichte in fast alle europäischen Adelsgeschlechter verzweigt hat. Der heute 76-Jährige verbringt seine früheste Kindheit auf dem Schloss. Das ist also dieser Gang hier, wo wir natürlich immer hin und her gelaufen sind, mit viel Geräuschkulisse. Und wir waren ja nicht nur vier Kinder, sondern es waren ja immer noch ein paar Freunde und Freundinnen dabei, dass hier immer viel Betrieb war. Heute ist das Nebengebäude eine Baustelle. Doch vor über 70 Jahren war es das Zuhause des vierjährigen Prinzen. Hier muss auch irgendwo eben eine Treppe sein, wo wir eben mit dem Schlitten runtergefallen sind und mit Spielzeug da runter raufgeworfen haben, also Krieg gespielt haben. Und sonst hier sind auch so typische Sachen, die eben Kinder gemacht haben. Hier wurden die Erwachsenen nicht gestört. Das war eben ein reines Kinderparadies mit gewissen Auflagen. Während des Zweiten Weltkrieges bleibt der Harz von Kampfhandlungen weitgehend verschont. Auch als er zum Ende des Krieges von den Nationalsozialisten zur Festung erklärt wird. Auch in der Nähe von Stolberg fallen Bomben. Aber letztlich überstehen Schloss und Fürstenfamilie den Zweiten Weltkrieg unbeschadet. Doch im Mai 1945 weiß niemand von ihnen, wie wird es weitergehen. Durch das Jalte-Abkommen im Februar 1945 war Deutschland eben geteilt worden in vier Zonen. Und wir waren da aber nicht drüber informiert. A, um zu verhindern, dass eine große Massenflucht ausgelöst wird. B, weil keiner sich vorstellen konnte hier, dass die Russen hier bis nach Mitteldeutschland kamen. Das war also undenkbar. Und C, die Amerikaner waren hier. Und das war ein relativ sicheres Gefühl. Doch im Juni 1945 ziehen sich die Westalliierten aus der sowjetischen Besatzungszone zurück. Die Fürstenfamilie entschließt sich daraufhin zur Flucht. Wie viele andere Adlige im Osten will auch sie nicht unter kommunistischer Führung leben. Und dann kamen eben diese Lastwagen hier an und sagten, hier, wir kommen jetzt hier eine Stunde. Und in einer Stunde fahren wir wieder. Wer mitkommt, kommt mit. Und wer nicht, der bleibt hier. Und dann musste innerhalb einer Stunde alles ganz schnell gehen. Das war ein furchtbares Durcheinander. Anfang Juli 1945 gelingt ihnen die Flucht. Dabei kann die Familie einiges von ihrem Besitz retten, wie dieses 300-jährige Gemälde. Doch Prinz Joost Christian und seine Geschwister verlieren ihr Zuhause. Es war einfach sehr, sehr schwer zu ertragen. Und wir haben dann im Westen versucht, so ein bisschen zu überleben. Das war nicht leicht, wenn man so heute im Nachhinein so überlegt, wie man hier aus von einem großen Besitz dann plötzlich von einer Stunde auf die andere ganz arm wird, wie eine Kirchenmaus. Zu diesem Zeitpunkt rechnet die fürstliche Familie noch damit, dass sie bald nach Stolberg zurückkehrt. Doch es wird anders kommen. Der Kunsthistoriker Wolfgang Illert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kennt unzählige Familien, die dieses Schicksal der Enteignung teilen. Und zwischen 1945 und 1949 galten ja die Belange der sowjetischen Militäradministration und die hat alle Grundeigentümer über 100 Hektar Grundbesitz enteignet, so auch die Fürsten zu Stolberg Stolberg. Und damit waren die Fürsten erstmal ihren Besitz los und er ging dann den Eigentum des Volkes über. Doch nicht dem Volk kommen die unzähligen Kulturschätze zugute. Gegen Devisen wird vieles davon ins Ausland verkauft. Selbst in Belgien, wo ich dann später gewesen bin, wurden Bilder verkauft von uns. Und da wurden wir benachrichtigt, hier sind Bilder, weil es teilweise hinten drauf steht. Und da ist mein Vater hingefahren und hat teilweise Bilder zurückgekauft. In den ersten Jahren nach dem Krieg wird das Schloss eine Forstschule. Später werden hier Lehrer in Naturkunde ausgebildet. Das war eine Zeit, die hier oben für die Fortbildung genutzt wurde. Es waren die Forstingenieure, die hier waren, es waren Lehrer, die hier ein- und ausgingen. Es wurde Musik gemacht in diesen schönen Räumen hier. Also man hat sich da schon mit eingebracht, dass dieses Schloss immer mit Leben erfüllt wurde. Ab 1951 übernimmt schließlich der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund der DDR das Schloss. Der leistet sich in den Anfangsjahren der DDR sogar ein eigenes Gesangs- und Tanzensemble. Und dessen Sitz ist Schloss Stolberg. Über sechs Jahre gibt das Ensemble sein Repertoire an deutschen und internationalen Volksliedern zum Besten, bevor es im August 1958 wieder aufgelöst wird. Zeitgleich wird das Schloss umgebaut in das FDGB-Erholungsheim Comenius. 1959 wird es zur Arbeitsstätte von Mechthild Wedemeyer. Die heute 78-Jährige hat die schwierige Aufgabe, die begehrten Urlaubschecks für das Ferienheim den Betrieben zuzuteilen. Ich hatte eine schöne Arbeit, ich habe dort die Planung gemacht, FDGB für die Urlauber, damit jeder Urlauber, der kommt, sein Bett vorfindet. Und ja, das war manchmal nicht so einfach, denn man musste koordinieren, es durften keine Tage dazwischen frei sein, damit die Auslastung hoch war. Das Ferienheim Comenius ist damals ausschließlich Kinderreichen vorbehalten, das heißt Familien mit drei bis zehn Kindern. Das war natürlich ein Gewühle und ja, da kamen dann auch so angehende Kindergärtnerinnen, die jetzt ihr Praktikum gemacht haben und haben die Kinder beschäftigt, damit die Eltern auch mal für sich was unternehmen konnten. Also ich denke mal, und konnten ja sonst nicht verreisen, das ging ja nur in solche Heime, wo kinderreiche Familien unterkommen konnten. Das war sehr begehrt. Um näher an ihrem Arbeitsplatz zu sein, zieht die FDGB-Angestellte mit ihren zwei Töchtern 1960 aufs Schlossgelände, in das ehemalige Torhaus, das mittlerweile als Büro und Wohnhaus genutzt wird. Unsere Bewohnung, mein Haus. Super, super, offen. Wollen wir einfach mal reingucken? Ja, wir gucken mal. Ich war 36 Jahre nicht mehr hier drin. Mit uns betreten Mutter und Tochter nach all den Jahren das erste Mal ihr ehemaliges Zuhause. Und dann ist da sogar noch, hier ist Kinderzimmer, das ist sogar so geblieben. Da drüben war mein Bett, da war Susannes Bett. Dann haben wir die Plüschtiere immer hin und her geworfen, wenn wir nicht schlafen wollten, weißt du das noch? Das war gut. Also meine ersten 18 Jahre habe ich im Schloss verbracht. Das war ein Abenteuerspielplatz, das ganze Schloss. Und wir sind da alle so rumgesprungen als Kinder und haben Verstecken gespielt. Überall hatten wir Zugang. Sogar einen richtigen Geheimgang hatten die beiden Schwestern damals. Der ging ursprünglich direkt bis zum Schloss. Aber so nach ein paar Jahren war das schon ein bisschen zusammengebrochen. Aber wir haben das eben alles genutzt. Wir sind überall rumgetobt. Also es war einfach ein richtiges Abenteuer, die Kindheit. Eine Kindheit mit unzähligen Spielgefährten, die auch noch alle zwei Wochen wechselten. Und hier konnte man gucken aus dem Fenster, wenn Anreise war. Ja, da haben wir immer viel als Kinder geguckt, wenn neue Kinder kamen. Dann kamen dann die Massen an. Jährlich kommen zehntausende Urlauber ins FDGB-Ferienheim Komenius. In den Sommerferien sind es bis zu 240 Gäste zeitgleich. Direkt im Schloss hat Mechthild Wedemeyer damals ihr Büro. Hier stand ihr Schreibtisch, an dem sie die Verteilung der raren Urlaubsschecks organisierte. Die Schecks, die ja in den Betrieben verteilt wurden, also ich habe die geplant. Und die waren sehr begehrt. Wir hatten ja nun zu DDR-Zeiten nicht die Auswahl. Und außerdem war es sehr billig. Im Anfang, als die ganze Feriensache losging, kostete ein Scheck 30 Ostmark. Später wurde es ein bisschen nach Gehältern, aber war auch trotzdem. Also so billig, wie die Schecks waren, konnten sie zu Hause nicht leben, die Leute. 30 Ostmark für 14 Tage Urlaub auf einem Schloss. Stolberg gehörte von Anfang an zu den beliebtesten Urlaubsorten der DDR. Und das, obwohl die Zimmer nur wenig Luxus boten. Viel im Gang, nachher nur eine Damentoilette und das war es dann. Und wir als Angestellte mussten uns bemühen, ehe die aufstanden, dass wir da durch waren. Aber das hat auch keinen gestört. Das war eben so. Das war so. Wir waren sicherlich doch recht bescheiden damals. Bei aller Bescheidenheit. Ein paar Highlights gab es dann doch. Es gab ja dort auch eine Nachtbar, wo viel unternommen wurde damals. Also man hat gesehen, da gab es immer so ein lila Licht, so eine lila Neonröhre. Und wenn die brannte, wusste man die Nachtbar hat auf. Es lohnte sich da hoch zu gehen. Und die war auch bis nach 24 Uhr geöffnet. Und da war das schon so ein Treff für die Jugend und die Urlauber. In Stolberg leben zu DDR-Zeiten 1.800 Einwohner. Darunter viele junge Leute, die ihre Samstagabende auf dem Schloss verbringen. Auch Ulrich Franke ist in seiner Jugend häufiger Gast in der Schlossbar. Die wurde von einem Bulgaren betrieben. Georgi hieß der. Georgiev haben wir natürlich nie so genannt. Der nannte sich dann Choro. Das war einfacher. Und alles ging dann zu Choro, hier hoch in die Bar. Hier waren alle Stolper, hier waren die größten Feierlichkeiten drin. Und das war natürlich etwas, was uns zusammengefügt hat hier. Insgesamt wird das Schloss rund 38 Jahre als FDGB-Ferienheim genutzt, mit immer weiter steigenden Urlauberzahlen. Sanierung und Instandhaltung des Schlosses spielen in diesen Jahren allerdings eine untergeordnete Rolle. Sicher ist das keine optimale Nutzung für ein Schloss, so ein FDGB-Heim. Aber jede Nutzung, sei sie noch so schlecht für das Gebäude, ist immer noch besser als Leerstand. Und insofern ist das schon gut gewesen, dass zu DDR-Zeiten kontinuierlich dieses Schloss genutzt wurde. Denn das heißt letztendlich auch, es wird geheizt, es wird gelüftet, das Dach wird immer repariert, dass es nicht reinregnet, die Fenster bleiben dicht. Das sind natürlich nicht zu überschätzende Vorteile gegenüber einem Leerstand. Mit der Wende 1989 kommt aber die Unsicherheit nach Stolberg. Die bange Frage lautet, was geschieht mit dem Ferienheim? Wir kriegten dann einen Chef von der Ostsee und der hat gesagt, also FDGB bleibt, wird größer als TUI. Aber wir sind also dann eingegangen und die ganzen Akten, die wurden dann vernichtet. Unsere ganze Arbeit von vielen, vielen Jahren, was also eigentlich wichtig war, was man so zehn Jahre aufgeben musste, das wurde eben alles vernichtet und war, FDGB war aus. 1990 wird der FDGB aufgelöst und das Comenius geschlossen. Mechthild Wedemeyer und ihre Kollegen werden entlassen. Beim alten Besitzer, Fürst Joost Christian zu Stolberg Stolberg, der in Belgien lebt, keimt zu dieser Zeit jedoch Hoffnung auf. Wird er sein Schloss zurück erhalten? Man muss sich vorstellen, diese Euphorie 1989, 90, auch noch 91, eine unglaubliche Euphorie. Ob man wollte oder nicht, man wurde da einfach mitgerissen. Also selbst wenn ich jetzt noch davon spreche, kriege ich noch irgendwo eine Gänsehaut. Meine Eltern haben uns immer erzählt, ja, wir wohnen hier im Westen, aber das Paradies, das ist drüben. 1990 kommt der damals 50-jährige Fürst das erste Mal zurück ins Paradies, in seine alte Heimat Stolberg. Die ganze Gemeinde war da und hat uns empfangen. Es war sowas von Herztagreißig, kann man sich das gar nicht vorstellen. Und seit der Zeit haben wir dann die Verbindung nicht mehr abbrechen lassen, dachten wir, wir bekommen einen größeren Teil zurück. Bis dann dieser große Schock kam, dass wir weiterhin enteignet bleiben und nur die Möglichkeit haben, etwas zurückzukommen. Die Hoffnung des Fürsten ist endgültig zerschlagen. Die Familie erhält ihren Besitz nicht zurück. Die Gesetzeslage war einfach so in Deutschland, dass das, was zwischen 1945 und 1949 von der sowjetischen Militäradministration enteignet wurde, nicht zurückgegeben wird. Es bleibt Eigentum des Volkes. Das ist generell so, nicht nur Stolberg betreffend, sondern alle Enteignungen in dieser Zeit. Wir haben unseren Besitz 100 Prozent verloren. Und das ist ein unglaublicher Vorgang. Das muss ich hier noch verbittert dazu sagen. Damals macht die Treuhand dem Fürsten ein Angebot. Für knapp zwei Millionen D-Mark könne er das marode Schloss zurückkaufen. Doch der kann und will das Angebot nicht annehmen. Ich hatte ja die Möglichkeit, das zu übernehmen. Das habe ich abgelehnt schweren Herzens, obwohl es die Urzelle ist. Die Familie war sehr böse damals. Aber ich bin ein Realist. Nicht einfach nur, wenn man sagt, ach ja, das schöne Schloss und so weiter, unsere Urzelle und so weiter. Was nützt uns das alles, wenn es nachher kaputt geht? 1993 verkauft die Treuhand das Schloss für 1,97 Millionen D-Mark an einen westdeutschen Investor. Ganz im Zeitgeist verspricht der vieles. Das Schloss scheint gerettet. Doch die Freude währt nur kurz, denn der vermeintliche Retter übernimmt sich finanziell. Geld für die Instandhaltung kann er nicht aufbringen. Das Schloss ist nun endgültig dem Verfall ausgeliefert. Dann hat der Investor dann irgendwann gesagt, es geht nicht mehr. Aber die ganze Zeit hat eben auch zehn Jahre gedauert. Und zehn Jahre verfällt so ein Grundstück hier. Und dann kam eines daraus die große Kette vorne dran. Und ringsherum war alles zu. Wir konnten nicht mehr hier hoch und durften auch nicht mehr auf dieses Schloss hier. Und das ging schon mächtig ans Herz und an die Nieren. Hinter den Kulissen kämpfen Ulrich Franke und der Fürst um Investoren. Nach zehn Jahren Stillstand naht endlich Rettung. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz nimmt sich des Schlosses an und kauft es von dem westdeutschen Besitzer zurück. Sanierung und Umbau sind nun beschlossene Sache. Schloss Stolberg ist mit Sicherheit eine Mammutaufgabe, auch für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Das ist ein Riesenunternehmen. Bis das Objekt fertig ist, müssen ja auch erhebliche Mittel investiert werden. Seit 2002 sind rund 20 Millionen Euro in die Sanierung geflossen. Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt und Eigenkapital der Stiftung. Auch Ulrich Franke ist stolz auf die sichtbaren Fortschritte, die er bei jeder seiner ehrenamtlichen Führungen im Schloss erklärt. Wenn Sie einmal da hochschauen und sehen, wie viele Löcher, die dort oben sind, wenn man so ein altes Gemäuer hat, da bildet sich Schwamm. Um dem vorzubeugen, wurden hunderttausende Löcher da reingebohrt und das ganze Schloss war wie, wie man so alles einhüllt, diesen Christo da. Der 69-Jährige kann seinen Besuchern viele Geschichten erzählen. Zu der Treppe. Alle nochmal schön zurück. Die Treppe muss 13 Stufen haben und wenn ich unten aufsteige mit dem rechten Fuß, muss ich oben mit dem rechten Fuß wieder landen. Wenn das hinhaut, dann hat der damalige Architekt das alles richtig gemacht. Das war eine Vorgabe des Fürstens von 1703 oder 1803 oder so 300 Jahre her. Da werden wir uns Baumann doch nicht verzählen. Rechts geht's los, rechts oben aufsetzen. Und schon folgt die nächste Anekdote, die von dem rätselhaften Fuß. Ich sprach ja schon davon, dass hier alle Deckenteile abgenommen wurden, wegen diesem Schwamm. Und da wurde mit 30 Zentimeter Schnitten dieses ganze Deckenelement heruntergenommen. Da war ja alles noch weiß. Und beim Ansetzen nachher, beim Freilegen, haben die vielen kleinen Teile alle gestimmt, bis auf diesen Fuß. Eine kleine Panne, die zur Touristenattraktion wurde. Ulrich Franke kennt sein Schloss in- und auswendig. Als Bürgermeister war er auch in den Jahren der Restauration immer wieder mit vor Ort. Frau Henrich, wie passiert denn so etwas? Lustvoll schreite ich durch die fürstlichen Gänge und dann kommt eine Kollegin von früher, die mir alles freigelegt hat. Claudia Henrich ist Bauforscherin aus Quedlinburg. Sie und ihr Team entdeckten im Treppenhaus unter 15 Schichten alter Tapeten und Farben etwas, womit niemand gerechnet hatte. Und das so manche Fragen aufwirft. Und was hat das mit dem Engel jetzt genau auf sich? Warum hat er einen nackten Hintern? Dessen Symbolik haben wir nicht so ganz rausbekommen. Das ist die künstlerische Freiheit. Nicht das einzige unerwartete Gemälde, das das Team um Claudia Henrich entdeckt. Natürlich ist es immer eine ganz große Überraschung, wenn plötzlich Wandgemälde der Vergangenheit auftauchen. Und das sind natürlich großartige Momente, dass so viel in so einer Schlossanlage, die so lange leer stand und auch teilweise vielleicht nicht immer gut genutzt wurde, so viel erhalten geblieben ist. Da hört man dann ganz leise die Geschichte wieder, dass sie erzählt wird von dem Schloss. Geschichte, die sich auch um Juliana zu Stolberg rangt. Vor 500 Jahren wuchs die Prinzessin auf dem Schloss auf, bekam 17 Kinder. Diese Nachkommenschaft verzweigte sich in etliche europäische Königshäuser, unter anderem in die Niederlande. Julianas Geschichte beeindruckt Claudia Henrich so sehr, dass sie sogar ihre Tochter nach ihr benennt. Als Charlotte sich ankündigte, haben wir gerade sehr intensiv hier auch in diesem Schloss gearbeitet. Und haben die Zeitschicht des 15. Jahrhunderts entdeckt, als die Prinzessin Juliana hier in diesem Schloss lebte. Und somit kamen wir dann auch zu dem Entschluss, dass Charlotte einfach diesen zweiten Namen haben sollte. Charlotte Juliana. Aufgrund ihrer engen Bindung zum Schloss sollte ihre Tochter auch im Schloss getauft werden. Doch darauf muss die Mutter fünf Jahre warten, bis endlich auch die Kapelle saniert ist. Natürlich war das für alle ein ganz besonderer Moment, nach 67 Jahren in dieser Kapelle wieder eine Taufe zu haben. Ich meine, der Fürst war da und vor 67 Jahren ist da seine Schwester getauft worden und er war ja zugegen. Und ich war natürlich auch sehr berührt, weil man hat dieses Schloss ja so lange begleitet und kennengelernt. Es war ein sehr, sehr schöner Tag für uns alle. Die Schlosskapelle ist heute wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Anders als die sogenannte Schmugglertreppe im ehemaligen Lager des Schlosses. Diese 400 Jahre alte Treppe, die kann natürlich viele Geschichten erzählen. Nicht nur, dass sie sehr steil und sehr lang ist, sondern es ließ sich hier auch einiges drinnen verstecken. Und das musste auch ab und zu mal genutzt werden, denn es gab ja Raritäten. Und die wurden zu rauschenden Festen dort oben natürlich dann auch angeboten. Ging nicht alles auf und die Mitarbeiter, ab und zu nahmen sie sich dann auch mal was mit. Und dann hat man das unter die Treppe geschoben hier, legte das so hin und es neigte sich der Feierabend hin. Ging dann unter die Jacke und dann zum Schluss Ausgang wieder hinaus. Und abends war das Fest zu Hause gesichert. Die unterirdischen Gewölbe sind für Besucher gesperrt. Uns jedoch zeigt der ehemalige Bürgermeister Ulrich Franke ein paar der geheimen Gänge. So, und jetzt sind wir ganz tief unter dem Schloss. Das ist das Verlies hier. Dort waren die Skischatten, die im Moment zugemacht wurden, wie in den Luftverhältnissen. Und hier ist das eigentliche Verlies. Da kann man viele, zig Meter runter schauen. So manches Schicksal wurde ja hier unten dem Ende entgegengeführt. In den letzten Jahren ging es stetig aufwärts mit dem Schloss. 2012 stand die Deutsche Stiftung Denkmalschutz vor der Frage, wie soll das Schloss zukünftig genutzt werden. Beim Kauf vor zehn Jahren gab es dafür noch kein Konzept. Stolberg hat diesen großen Vorteil, dass es Korridore hat. Und zwar in allen Flügeln, die es ermöglichen, die Zimmer untereinander begehbar zu machen. Aber auch jedes Zimmer direkt vom Korridor aus. Und wenn man das dann alles zusammennimmt und natürlich die Lage im Harz, im Südharz, in einem Ort, der touristisch auch zu DDR-Zeiten immer schon eine Rolle gespielt hat, dann lag es nahe, dass es in Richtung Hotel geht. Und so spiegelt sich die Vergangenheit in der Zukunft des Schlosses wieder. Aus dem ehemaligen FDGB-Ferienheim wird abermals ein Hotel. Die Stiftung investiert in Innenausbau und Modernisierung. Außerdem wurde ein zusätzlicher Flügel angebaut. Pächter des neuen Schlosshotels wird Baron Clemens Ritter von Kemsky sein, der bereits mehrere Hotels betreibt. Fürst Just Christian zu Stolberg-Stolberg kann aus nächster Nähe beobachten, was mit dem alten Besitz seiner Ahnen passiert. Vor einigen Jahren kauften er und seine Familie ein Haus in Stolberg, direkt unterhalb des Schlosses gelegen. Neben Brüssel nun ihr Zweitwohnsitz. Der Fürst ist ausgesöhnt mit der Geschichte. Ich bin unglaublich froh, dass wir alle es geschafft haben, das Schloss zu retten. Jetzt wird es einer anderen Aktivität zugeführt. Da sind wir sehr gespannt darauf, was dabei rauskommt. Wir können nur hoffen, dass es nicht ein reiner Nutzbau wird, sondern dass es weiterhin ein lebendiges Haus der Kultur bleibt. Das wünschen wir uns alle. Das wünschen wir uns alle.